Idiotisch. Scheiße und dumm. Komm zu mir! Komm zu mir nochmal! Kriegen wir es ja wieder. Nein, das macht es nicht wert. Körperreste... Will ich da nicht hin... Nix... Ich werde einen Drehbund bekommen. Wollte ich denn lang? Lala... Lala... Lass mich raten, wir gehen nicht gleich. Lass doch nach! Ich habe mir doch Munition dafür gekauft, oder nicht? Jetzt verstehe ich das nicht mehr. Wofür habe ich mir denn Munition gekauft? Das war doch nicht so wenig. Das war anscheinend so wenig. Schade... Ja, das war schon. Lass mich... ...dass mich rüber... ...kanne... ...dass mich... ...dass mich rüberkommt... ...dass mich rüberkommt... Da müssen die doch eigentlich... Wo bin ich überhaupt? Was ist das? Chinese Aufladstation... Da wollen wir hin. Da wollen wir hin? Wollen wir da wirklich hin? Hallo! Nimm auf! Das... Warum kannst du die denn nicht wieder rausnehmen? Sind die zu tief für dich, Junge? Alles... Asala Wissert bei Bill! Ja... 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 Stimmt! Ich bin ja nicht doof, ne? Hey! Ah! Wann wurde er noch? Was ist der Ravuste? Wie ist der Ravuste? Was ist denn hier? Lieb's noch Ich hab mein bester Freund Wir schaffen das John Wir kommen hier raus Lebendig Los, weiter Wir müssen weiter John Ich finde die Sachen, die sie fallen lassen John, du spuckst John, hör auf damit John, ich muss mich leider von dir trennen, glaube ich Geh ab von mir Geh ab von mir Nein, du kommst mit John Du bist da rein, John Ihhh John, es tut mir leid Der geht nicht zu, oder? Der geht nicht zu, oder? Ende der Schwerelosigkeit Dankeschön Och ne, ne? Nein! Nein 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 no 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 nein 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 nein. Nein 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 Es ist ein будем Dank! Was ist das? Hahaha Was ist das? Hahaha Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Nein Nein Ähh 3 Immer laufen Isaac Immer laufen Lauf Lauf du starre Ding Was ist das? Wie ist das? Johnny Johnny Liebling Liebling Das war noch ein Schwartes. Lauf doch einfach weg. Okay? Okay. Ich habe vergessen, diese bescheuerte Sache auszustellen. Hast du mir etwa geholfen? Der hat mir geholfen. Der hat sich auseinandergeschnupfen. Dankeschön! Soll ich dir helfen? Okay. Danke! Wollen wir noch nicht monitoren. Wir haben ja hier einen Job, 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 Job! Ja. Alles nachleihen! Kann man nicht nachleihen. Das auch nicht. Hier sind ganz viele Schächte. Hier können immer noch ganz viele Leute rauskommen. Ja, so am Niveau, so, so wie ich bin. Amen. Warte, dass er mehr ist und so. Amen. Was habt? Ich müsste bei meiner Arbeit hier doch kaputt gehen, weil ich ihn sorgfältig behandle. So. Hallo. Ich kann auch mal wieder speichern. Speichern. Ja. Falls die Aufnahme kacke wird, oder nicht kacke, sondern meine Stimme nicht wieder aufgenommen wird, dann bin ich nämlich immer leiser, wenn ich noch was sage. Also, wenn ich wieder neu aufnehmen muss, dann bin ich immer leiser. Warum auch immer? Tschüss, schnöde Welt. Ha. Was ist denn da? Was ist denn da? Hallo? Okay. Ich muss noch schneiden und hochladen, also... Nein! Ich kann nicht mehr... Okay. Wir sehen uns hier bei diesen Dingen, wenn's rot ist. Hier schließt Mechanismus offline. Sehen wir uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, schieb den Marker. Schieb, schieb, schieb. Und wunderschöne Gebete. Wir hätten uns auf jeden Fall noch einen Knoten. Okay. Done. Sorry für den Gainer. Okay, Done. Egal, okay, dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play. Mir... Mir... Mir 51. Nein. Blöd. Also. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play... Fable. Das passiert mir schon wieder. Also. Beim Let's Play... Das Space 1. Wo wir den Marker weiterschieben werden. Und uns ganz machen werden beim nächsten Mal, denk ich mir mal. Also in den nächsten Folgen machen wir uns da ganz. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Eure Erdöl. Tschüss. Tschüss.